Mein Name ist Dietmar Friedhoff und wie Sie ja bereits wissen, kandidiere ich am 12. September für den Landesvorsitz in Niedersachsen. Und man kann sich ja mal die Frage stellen, wenn man demnächst seine Stimme abgeben muss, wen unterstütze ich und vor allem warum? Und ein Warum wäre ja mal zu fragen, wer hat sich denn schon Gedanken gemacht und diese auch in die Tat umgesetzt? Viele sagen, ich kann es. Viele sagen, ich würde es. Und wir zeigen Ihnen heute, dass wir es bereits getan haben. Der Unterschied zwischen können, wollen und machen ist immer das Tatsächliche umsetzen. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, euch zeigen möchte, ist COMWI. Kommunales Wissen. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, was wäre, wenn die AfD endlich wüsste, was die AfD weiß. Ein kommunales Vernetzungsprogramm, wo Anfragen und Anträge der Fraktionen, der Kommunalmandatsträger schnell auf eine Plattform gesammelt werden können und miteinander ausgetauscht werden können. Dieses Programm haben wir fertiggestellt. Es steht zur Verfügung. Die Überschrift ist COMWI. Kommunales Wissen. Vom Prinzip der Untertitel, was wäre, wenn die AfD wüsste, was die AfD weiß. Ich hoffe, dass diese Inspiration, dieser erste Schritt, ein Schritt ist, der Sie überzeugt, dass wir hier in der Lage sind, schnellstmöglich für eine effektive, innovative, wissensbasierte AfD viele Themen umzusetzen. Dass wir bereit sind zu gestalten. Dass wir sogar bereits dabei sind zu gestalten. Und ich denke, das ist der erste richtige und wichtige Schritt in eine gute, starke Zukunft für die AfD in Niedersachsen. Immer unter dem Motto, unser Herz schlägt für Niedersachsen.